Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie auf MX-5 Roadtrips vorbeischauen, einem Kanal, der den Bergpässen der Alpen gewidmet ist. Das Haarentenjoch ist kein Geheimtipp der österreichischen Alpen, ganz im Gegenteil. Es ist eine der Lieblingsstrecken der Biker in Österreich. Die Aufnahmen zu diesem Video sind zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten gemacht worden. Und ich hoffe, es gibt ein bisschen die Atmosphäre dieser Strecke wieder. Viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020